wo ist das die jerrycan hin? ist sie weg? scheiße wo ist die jerrycan hin? benedict geiger was killed wo ist die jerrycan hin? die jerrycan ist weg die ist nicht mehr im inventar guck bitte meinen rucksack rein ob da meine jerrycan drin ist ne ne? ne wo ist die hin? take camping tent die ist weg einfach war ja verschwunden ach scheiße das ist wieder so ein scheiß bug alter ich hatte die im inventar drin jungen wollte ich den rucksack verschieben und jetzt ist die weg liegt bestimmt unten im fundament von dem haus hier drin und egal hier fällt auch nichts mehr da liegt noch ne axt ich hoffe eine hier ist noch zement ne die ist weg scheiße ist doch voll der scheiß bestimmt in meinem god mode m19-magazin m19-el m19-el makarov wo bist du? bist du raus? nach rechts? ja ich bin hinter dir auf sind die die mal ob man da reingehen kann in die große kann man nicht rein tja hätten wir den jerrycan gehabt hätten wir vielleicht den littlebird bewegen können wenn da was drin gewesen wäre in der jerrycan hätten wir den vielleicht sogar zum flugfeld fliegen können aber wir sind oder der nächsten tanksteller weißt du was ich meine dann auch füllen dann hätten wir ein littlebird ein paar scheiben und reifen wären auch gut naja jetzt habe ich endlich die scheiß toolbox ich gucke mal kurz wo wir als nächstes hingehen können aber wir müssen noch kurz ins krankenhaus wegen dem blattberg weil ich ja fast kein blut mehr hab aber fast kein blut ich hab halt noch zur helfe blut wenn wir schon mal hier sind dann können wir noch mal kurz mein leben auffüllen danach kann man nach stangenrad gehen und dann mal das industriegebiet da oben am hafen plündern ist da oben was ich kriege gerade werbung für vor Ort mit avataren bei dieser der sie dort das ist irgendwo wo haben sich nun mal an der schranke da ich bin unterwegs Aber ihr müsst da aufpassen, da ist irgendwo ein Zombie. Ja, der ist da hinten, ich hab grad eigentlich gesehen. Oh ja, scheiße da ist er. Wo bist du hin? Hier durch die Lagerhalle, weil er hier langsamer wird. So. Aber der wird auf dem Gelände schon mal langsamer. Okay. Müssen wir hier raus. Ja, warte mal. Oh, hier ist so ein Toolbox, hast du das schon? Ein E-Tool, ja es bringt's nur was mit dem anderen, dem Dings. Den haben wir doch, wir haben noch den Pioniersrucksack. Ne, wir haben den Checkpack. Na geil. Warte mal kurz, ich mach mir den Punkt auf die Map, nach Stangrad. Wenn du jetzt zum Kranken warst, oder willst du direkt nach Stangrad? Ach ja, wir sind ja jetzt an Stangrad dran, dann lass uns einfach direkt nach Stangrad laufen. Und zwar, im südlichen Zipfel, links, die Straße, also der südliche Straße, links, am Ende, da ist die Feuerwache. Ja, ich weiß, hab ich schon den Punkt. Aber hier rechts, wenn es möglich ist, irgendwie. Wir müssen zurück durch den Haupteingang. Warte hier, die chillen noch hier, warte mal. 600 Meter, das geht ja noch. Sollen wir uns den Panzer da von der Statue klauen, von dem Sockel und mit ihm durch die Gegend fahren? Wäre nice. Wenn du sie halt, dann sagst du ja, ein paar Mal. Ist ja das nicht. Wo ist das? Ja, da sind sie. Sollen wir uns den Fallen. Warte mal kurz? Warte. Du, wo ist das? Das wäre auch ne Toolbox. Die gibt's halt immer in Industrials irgendwo. Lukas finden wir gleich am Hafen einer. So, bist du fertig? Ich bin nach oben. Oh, irgendwie nix Interessantes. Vorsicht, ich hatte irgendwie n Zombie gehört oder so, der kommt in, er hat mich gehört. Ja, ich muss noch mal in die Schule rein, nicht verfolgt n Zombie. Ich komm jetzt runter. Ah, da kommt er schon wieder. Lass uns mal hier am Zaun entlang laufen einfach. Ich weiß nicht, ob meiner Meinung nach hier mehr rauskommt. Ah, sieht schlecht aus. Ne? 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 da ist auch der supermarkt ich habe jetzt nicht so obwohl ich habe so gerade warte da sind Zombies erstmal hinkrouchen da liegt schon ein Rucksack jetzt wahrscheinlich nicht mehr ne doch doch und das ist hier so ein länglicher der ist aber kleiner ne wenn jetzt der Beiche lange ist ah hier haben wir einen Revolver geil ist das die Frage nehme ich einen Revolver oder nehme ich die M19 Revolver ist auf jeden Fall stärker hat aber weniger Schuss ja ich war halt hier am 19 und da komme ich auch gut klar hier liegt ein Crossbow hier ist nur was zu essen Taschenlampe zu trinken Batterie Sodakern hier ist immer was zu fressen hier ist noch eine Map wo bist du immer noch hinten hinten im Laderraum hast du hier gerade die Tür aufgemacht ja ja liegt da noch was zu trinken äh was zu essen im großen Raum ja eine Lawinenbögel dann esse ich die jetzt schnell ganz hinten wenn du rauskommst rechts schließt lecker lecker okay es ist leider kein weiter